In der heutigen News-Folge geht es um. Wird Vettels Vertrag verlängert? Racing Point ohne Titelsponsor Sport Pesa? Vietnam Grand Prix findet planmäßig statt? Alfa Tauri verlängert Partnerschaft mit Casio. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Ferrari-Journalist Leo Torini berichtet, dass die Scuderia Sebastian Vettel eine Bedingung der Vertragsverlängerung angeboten habe. Es wird von ihm viel Leistung in der ersten Saisonphase abhängen, sowie auch die Beziehungen zwischen Charles und ihm. Es müssen alle Absichten geklärt werden. Mattia Binotto hatte öffentlich klargemacht, dass Vettel seine erste Option darstellt. Ferrari hätte ja in der Zukunft mit Daniel Ricciardo, Carlos Sainz und Antonio Giovinazzi einige Kandidaten, diesen Platz zu besetzen, aber aktuell sieht es noch nicht danach aus. Es sei die vernünftigste Lösung, mit Vettel in der Gegenwart zu verhandeln. Bis Mai soll der Vertrag erst einmal warten. Sportpesa hat 2019 mit Racing Point einen mehrjährigen Vertrag als Titelsponsor abgeschlossen und blaue Flächen dieser Marke waren am RP19 zu erkennen. Bei der Präsentation des RP20 am Montag waren die blauen Flächen der Sportwettenmarke allerdings wieder weg. Ist Sportpesa wieder bei Racing Point raus? Antwort, nein sind sie nicht, denn sie haben zur Zeit in der Heimat einige Probleme und auch Deals mit anderen Sportarten wurden gestoppt. Man wolle mit dem Team weiterarbeiten, jedoch nicht mehr als Titelsponsor. Diesen Posten hat jetzt BWT über mehrere Jahre übernommen. Da 2021 aus Racing Point das Aston Martin Werksteam wird, stellt sich nur eine Frage. Wird der 2021er Bolide etwa auch pinke Akzente erhalten? Denn das würde mit den Aston Martin Farben gar nicht passen. Teamchef Ottmar Schaffner gibt die Antwort. Aston Martin wird unser Chassiname sein und wir werden ein Werksteam. Aber wie bei jedem anderen Werksteam mit einem Chassinamen gibt es immer Raum für einen Titelsponsor. Laut seiner Meinung sei es noch zu früh, ob sie die pinke Lackierung im kommenden Jahr beibehalten werden. Das werden sie wohl Ende 2020 besprechen. Obwohl Vietnam nicht weit von China entfernt ist und dort der Coronavirus herrscht, hält Vietnam weiterhin am Grand Prix fest. Es wurden sechs Dörfer rund um Hanoi unter Quarantäne gesetzt. Tran Thrun Hieu, Vize-Chef des Tourismusbüros in Hanoi, erklärte, dass der Grand Prix nicht verschoben wird, denn das Sport-Event habe einen sehr großen Einfluss auf den Tourismus in Vietnam und Hanoi. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf den in anderthalb Monaten stattfindenden Grand Prix. Es werden derzeit an der Rennstrecke die Tribünen aufgebaut. Stand jetzt gibt es in Vietnam 16 Fälle des Coronavirus, doch die Verantwortlichen betonten, dass sie alle Maßnahmen treffen, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten. Der Vertrag zwischen AlphaTauri und Casio wurde um mehrere Jahre verlängert. Diese Kooperation besteht schon seit 2016, als das Red Bull-Schwesterteam noch Toro Rosso hieß. Die Logos von Casio und der Edifice-Reihe werden auf den Rennanzügen als auch auf der Nase des AT01 zu sehen sein. Neben Uhren bietet Casio auch Digitalkameras, Mobiltelefone, Taschenrechner, Musikinstrumente, Projektoren, Kassensysteme und vieles mehr an. Das Unternehmen hat ihren Hauptsitz in Tokio und beschäftigt weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter. 2016 erzielten die Japaner einen Gewinn von satten 250 Millionen Euro bei einem Umsatz von unglaublichen 3 Milliarden Euro, wobei ein Drittel mit den Uhren gemacht wurde. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ferrari hat ja vor Wochen Leclerc's Vertrag verlängert und zwar langfristig. Von daher würde ich mich freuen, wenn Vettel noch mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre bleibt. Aber mal angenommen, ihr dürftet euch zwischen Riccardo, Sainz und Giovinazzi als Vettel-Nachfolger entscheiden. Wen würdet ihr wählen und warum? Ich habe mich am Montag bereits gewundert, wo das Blau von Sport Pesa ist. Aber nachdem ich mir den Artikel auf Motorsport Total durchgelesen hatte, war mir alles klar. Schön zu hören, dass der Vietnam Grand Prix trotz des Coronavirus stattfinden soll. Ich freue mich auf die Strecke und auch für AlphaTauri zum Fortführen ihrer Kooperation. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Armin auf Achse. Er schreibt, Ich finde es bescheuert, dass viele schreiben, Nee, bloß nicht Imola, Senna ist dort verunglückt. Wenn man danach geht, dürften folgende Strecken nicht mehr gefahren werden. Monza, Jochen Rind, Suzuka, Jules Bianchi, Hockenheim, Jim Clark, Spa, Antoine Hubert und so weiter. Ja, Senna ist bzw. war eine Legende und ja, es ist traurig, was damals passiert ist. Aber man kann doch nicht immer die Strecken verantwortlich machen. Also vergesst das Senna-Argument. Ich schließe mich Armin an, denn das ist mir in den Kommentaren auch schon aufgefallen. Dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.